Und jetzt kommen wir zum Park. Ja. Zu unserem Park wir wollten. Das ist der schönste Park. Ein sehr schöner Park. Ein Weiher. Hier kann man raus rumlaufen. Super schön. Alles auf dem Platz gesperrt. Das ist der schönste Park. Hier ist das noch zu wenig gemacht. Daumen hoch dafür. Gut. Ja, das ist jetzt echt ein wunderschöner Park. So. Weißt du was hängen kann? Gut, gehts weiter. Das ist Bad Neustadt und der Alsch. Wir haben uns den Namen Dachlad. Ja, schönes Ortchen. Sehr schön. Da soll ich einen Daumen hoch geben. Gut. Da kann da wieder keiner rumspielen. An dem Spielplatz. Was ist denn das für andere Geräte? Da kann ich die Rinder rundherum machen. Ninja Warrior Charlerias. Kann ich auch spielen Ninja Warrior. Ninja Warrior. Und dann hier wird schaukeln. Nicht gut gemacht. Schaut wie liege. Da kann ich den Reifen. Im Turm. Gut. Da hat man seine Hände vergessen. Da hat man seine Hände vergessen. Schön gemacht. Und das sind aber Fitnessgeräte. Gut. Ja, hier gibt es viel. Und der Filchsymbol. So. So. Das ist auch hier klar. Ein wunderschöner Park. Einfach nur einen Daumen hoch dafür. Einfach nur einen Daumen hoch. Dann stellen wir wieder hin. Dann stellen wir wieder hin. In der Leisbach in der Leisbach. Und der Leisbach in die Leisbach. Und der Leisbach. Das ist auch kein Dichkauset. Das ist auch ein Dichkauset. Ein sehr schöner Park. Wir haben hier alles. Hier kann man wunderschön passieren gehen. Echt. Sehr schön. Ein sehr schöner Ort. Super. Das Ding hat vorne hinzu. Ich weiß nicht, was das ist. Fahrrad von Boden. Gut. Da kann man ein bisschen Lockschippen zurück. Hotel Schwarzer Adler glaube ich. Das Hotel. Mit Aufzug. Glasaufzug. Gut. Gut. Ja. Das muss ja immer so ein Krieges sein. Mit einer. Richtender. Staatsverwaltung. Peter Kolbplatz. Das war's. Das war's halt. Was ist das? Halt. Halt. So. Startschulter. Startschulter. Was tut hier drin? Oh. Das ist los. Das ist so eine Figur. Wimfel. Wimfel.